guten abend leute ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal ich hatte bereits letzte woche oder in den letzten tagen ein video gemacht zum thema freundschaft dies ist auch einigermaßen gut aufgenommen worden vielleicht kommen mir auch noch weitere kommentare dazu ich würde mich jedenfalls super freuen ich habe mich auch über alle kommentare gefreut die bisher gekommen sind und ich dachte mir ich mache noch mal einen zweiten teil dazu deswegen heißt es ja auch in der beschreibung freundschaften flog zwei und er beim im ersten video bin ich darauf eingegangen was ist eigentlich freundschaft was ist richtige freundschaft was sind richtige freunde wie stehen richtige freunde zueinander und wie sollte eine richtige freundschaft überhaupt aussehen und jetzt bin ich aber noch mal auf die idee gekommen und habe mich selber einfach mal gefragt woher kenne ich meine freunde eigentlich und wie lange kenne ich meine freunde schon beziehungsweise wie viele leute kenne ich eigentlich von wo und wer davon ist eigentlich wirklich zu einem freund geworden und dazu muss ich sagen ich kenne inzwischen freunde aus braunschweig nordheim berlin österreich aus der schweiz und einigen etlichen städten mehr und ich muss doch schon sagen die online welt verbindet und viele von diesen leuten die aus den orten sind die ich gerade schon aufgezählt habe habe ich schon live getroffen und den einen oder anderen auch schon mehrfach und da muss ich durchaus schon sagen cool und ich freue mich bereits über die nächsten treffen und ja jetzt würde ich euch mal fragen wie sieht es bei euch aus wo habt ihr eure freunde kennengelernt in der disco kinderraten schule oder vielleicht auch im internet also ich habe zum beispiel einige freunde die habe ich im world of work of kennengelernt im gta5 ich habe aber nicht nur aus online spielen freunde ich habe inzwischen auch freunde von youtube natürlich habe ich richtige reelle freunde das ist klar was das angeht sollte man eh immer ein bisschen differenzieren von wegen online welt und reale welt es ist natürlich immer schön wenn man freunde hat aber nur virtuelle freunde sind natürlich auch nicht das wahre gut man hat jemand mit dem man reden kann gerade wenn man außenseiter ist ist das vielleicht auch ganz schön weil so hat man wenige Leute mit denen man sich unterhalten kann ohne angst zu haben von wegen ja vielleicht mag er mich gar nicht oder wir kennen uns ja eigentlich gar nicht es ist trotzdem schön dass man jemand hat mit dem reden kann so was gibt es ja natürlich so ist es immer nur im moment bin ich eigentlich eher darauf aus wen habt ihr kennengelernt der wirklich zu einem freund geworden ist vielleicht sogar ein richtig guter freund zu dem ihr haltet und der auch zu euch hält weil genau das ist mir nämlich auch passiert ich habe vor nicht ganz zehn jahren oder inzwischen mögen zehn jahre sein mit hütter führerkraft angefangen und ich freue mich heute noch darüber dass ich damit angefangen habe weil ansonsten hätte ich einen ganz bestimmten freund niemals kennengelernt der inzwischen zu meinem allerbesten freund überhaupt geworden ist ich hatte ihn schon im letzten video erwähnt und er wohnt nicht in deutschland aber er weiß er kann sich immer auf mich verlassen und andersherum weiß ich ich kann mich immer auf ihn verlassen und genau das ist das schöne bei einer freundschaft dieses füreinander da sein aber darauf wollte ich jetzt eigentlich eingehen weil darauf bin ich schon im letzten video angegangen jetzt wollte ich eher wirklich mal darauf eingehen wo habt ihr eure freunde eigentlich kennengelernt und wie lange kennt ihr sie schon und hierzu würden mich durchaus auch eure kommentare interessieren posten mir die doch bitte mal unter diesem video und ja wenn ihr eure freunde im internet in der trainer lernt habt wo im internet denn über eine bestimmte plattformen vielleicht sogar über freundesseiten da gibt es ja immerhin auch eine ich rede jetzt nicht von flört seiten wie parship oder was weiß ich die will ich jetzt komplett außen vor lassen wir jetzt nicht ums flirten sondern wirklich ums kennenlernen ums kennenlernen von fremden leuten die zu richtigen freunden geworden sind und er bis auf weiteres wünsche ich euch jetzt erst noch einen schönen freitag abend und ein schönes wochenende und wer weiß vielleicht kommt die tage noch ein weiterer flug hierzu zum thema falls man noch etwas dazu ein falls man dazu noch was einfallen sollte wir sehen uns auf jeden fall wieder und bis dahin wünsche ich noch was schien wir auch worry wo w sie Vielen Dank.